Stellt euch mal vor, die sind ja aktuell so, Discovery, wir geben nichts preis, wir sagen nicht, was für neue Rune es gibt, es sagt nicht, was die Raidgröße ist, wir sagen gar nichts. Stellt euch mal vor, wir wissen nur, Phase 2, Winter 2024, also Anfang, nicht Winterende, stellt euch mal vor, sie sagen nicht, wann es kommt. Es könnte immer kommen und ihr wacht auf, an einem Dienstagmorgen und P2 ist da, weil die sind ja auf so einem Trip gerade, wo sie sagen, nichts preisgeben, alles selber herausfinden. Holy moly, ich weiß nicht, ob ich das geil finden würde oder ob ich es doof finden würde, ich bin mir nicht sicher. Also einerseits wäre es natürlich mal super interessant, das nicht zu wissen, andererseits ist es natürlich, ah, ich weiß nicht. Also ich würde es lieber mögen, wenn sie sagen, okay, in zwei Wochen kommt P2 raus. Das wäre ein Favorit, also ohne Announcement schon extrem, aber interessant, muss ich sagen.